Grüß Gott und herzlich willkommen zur ersten Online-Lektion zur elementaren diskreten Mathematik. In dieser Lektion geht es um elementare Kombinatorik. In der elementaren Kombinatorik befassen wir uns mit Anzahlbestimmungen oder anders gesagt mit der Kunst, Dinge zu zählen, ohne wirklich alles immer einzeln abzuzählen. Diese Lektion ist in drei Teile gegliedert. Erstens elementare Zählprinzipien, zweitens Grundaufgaben der Kombinatorik und drittens Urnen- sowie Fächerteilchenmodelle. Jeder Teil selbst besteht aus einer kleinen Vorlesungseinheit, in der ich Ihnen jeweils etwas Theorie näher zu bringen versuche und einer Übungseinheit, wo Sie sich selbst an drei bis vier Beispielen versuchen sollen und ich Ihnen anschließend die Lösung zeige und mögliche Lösungswege erkläre. Technisch rennt das etwas unterschiedlich ab, je nachdem, ob Sie die interaktive Version via Moodle oder nur das zusammenfassende YouTube-Video anschauen. Willkommen zum ersten Teil der Lektion, bei dem es um elementare Zählprinzipien geht. Wenn wir geschickt zählen wollen, so gibt es dafür zunächst zwei Methoden. Wir zerlegen die ganze Lösungsmenge in Teilmengen, die sich einfacher abzählen lassen. Das führt auf Summenregeln und hat also mit dem Plusrechnen zu tun. Oder wir zerlegen ein Problem in voneinander unabhängige Entscheidungsstufen. Das führt auf Produktregeln, hat also mit dem Malrechnen zu tun. Kurz vorab, was meint eigentlich Abzählen? Sie sehen hier vermutlich sechs Kühe. In der Mathematik machen wir es ja manchmal etwas umständlicher als eigentlich nötig und sagen, ich sehe hier eine Menge M, deren Elemente sind Kühe. Die Anzahl der Elemente der Menge beträgt dann sechs. Oder anders sagt man auch, die Menge hat die Mächtigkeit sechs. Oder nochmal anders, die Kardinalzahl oder die Kardinalität der Menge ist gleich sechs. Man bestimmt diese Anzahl, indem man jeder Kuh nacheinander eine natürliche Zahl zuordnet. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die letzte Zahl ist die Kardinalzahl. Bei welcher Kuh man anfängt, ist eigentlich egal. Haben wir Glück gehabt, dass es keine Schafe waren, sonst würden sie vielleicht schon sanft wegschlummern. Kardinalzahlen schreiben wir abgekürzt auch als Kart. Manche Autoren machen auch Betragsstriche um die Menge oder schreiben so einen Hashtag davor. Wichtig ist jedenfalls die Unterscheidung. Kard M, Betrag M oder Hashtag M ist gleich sechs, heißt die Menge hat sechs Elemente. Stünde aber zum Beispiel A gleich B da, dann hätten beide Mengen genau dieselben Elemente. Wohingegen, wenn da steht Betrag von A ist gleich Betrag von B, dann heißt das nur, dass beide Mengen sechs Elemente haben. Hat man nun zwei Mengen A und B und ist es so, wie dieses Wenn-Diagramm unten andeutet, da sind die Mengen ja die Kreise, dass die Mengen sich nicht überschneiden, also kein Element von A in B enthalten ist und umgekehrt kein Element von B in A enthalten ist, dann darf man die Kardinalzahl der Vereinigungsmenge, also A vereinigt mit B, einfach so bestimmen, dass man Kard A und Kard B addiert. Weil in der Vereinigungsmenge von A und B sind ja alle Elemente von A und B genau einmal enthalten. In A sind alle Elemente von A einmal enthalten, in B alle Elemente von B einmal. Addiert man Kard A und B, hat man also jedes Element der Vereinigungsmenge genau einmal gezählt. Das geht hier so leicht, weil eben beide Mengen sich nicht überschneiden oder wie man etwas vornehmer sagt, weil die Schnittmenge von A und B die leere Menge ist, also kein Element doppelt gezählt wird. Solche Mengen mit leerer Schnittmenge nennt man auch disjunkte Mengen. Ein Beispiel, wenn in einer fiktiven Schulklasse alle SchülerInnen entscheiden müssen, ob sie entweder an der AG turnen oder an der AG Werken teilnehmen und wenn 17 davon turnen und 23 davon Werken besuchen, dann hat die Klasse offenbar gerade 17 plus 23 ist gleich 40 SchülerInnen. Aber wenn die SchülerInnen an mindestens einer der AGs teilnehmen sollen, also auch beide besuchen dürfen, dann wären die Teilmengen T und W ja nicht mehr unbedingt disjunkt. Wir hätten dann mit den 40 SchülerInnen vielleicht gar nicht recht, weil wir diejenigen doppelt gezählt hätten, die an beiden AGs teilnehmen. Sagen wir mal, das wären genau 9 SchülerInnen. Dann müssen wir also 17 plus 23 minus 9 gleich 31 rechnen, weil wir die 9 SchülerInnen mit zwei AGs sowohl bei den 17 als auch bei den 23 mitgezählt haben, also genau doppelt. Deswegen ziehen wir sie einmal wieder ab. Allgemein formulieren wir das als unseren ersten Satz. Die Anzahl der Elemente der Vereinigungsmenge von A und B ist gleich der Summe der Anzahlen der Elemente der Mengen A und B abzüglich der Anzahl der Elemente in der Schnittmenge von A und B. So einen Satz kann man jetzt beweisen. Beweisen meint auf bekannte oder bereits als richtig akzeptierte Aussagen durch logische akzeptierte Schlüsse zurückführen. Da kommt bei uns eigentlich nur die einfache Summenregel für die disjunkten Teilmengen als Aussage in Frage, auf die wir das vielleicht zurückführen können. Schauen wir mal. Wir suchen die Kardinalität der Vereinigung von A und B. Wir können diese Vereinigungsmenge in zwei disjunkte Mengen teilen. In die Menge A und die Menge B ohne A. In der Zweitmenge sind jetzt gerade die Elemente von B drin, die nicht zufällig auch in A enthalten sind. Diese beiden Anzahlen dürfen wir einfach so addieren, weil beide Teilmengen nach Konstruktion disjunkt sind. Jetzt kommt ein ganz typischer Trick, die Nulladdition. Wir addieren mal die Anzahl der Elemente in der Schnittmenge von A und B wieder dazu und ziehen sie sofort wieder ab. Dann haben wir in Summe nichts dazu addiert. Die Anzahl bleibt also insgesamt gleich und immer noch gleich der Anzahl der Elemente der Vereinigungsmenge. Jetzt können wir aber einfach wieder die Menge B ohne A und die Schnittmenge A geschnitten B miteinander vereinigen. Das sind beides wieder disjunkte Teilmengen. Also ist es egal, ob wir B ohne A plus A geschnitten B getrennt zählen oder aber direkt einfach alle Elemente von B zählen. Damit sind wir dann aber schon fertig, weil unten bleibt jetzt genau wieder Kart A plus unter der geschweiften Klammer Kart B und dann dahinter nochmal Minus Kart A geschnitten B übrig. Und damit ist der Satz bewiesen. Haben wir jetzt nicht zwei, sondern beliebig viele, sagen wir mal K-Mengen, dann können wir, wenn diese jeweils miteinander keine Schnittmengen haben, das nennt man auch paarweise disjunkt sind, wiederum einfach die Elementzahlen aller Mengen addieren und haben damit die Elementzahl der Vereinigungsmenge. Wenn es Schnittmengen gibt, wir also wieder eine allgemeine Regel suchen, wird es komplizierter. Wir beschränken uns hier mal auf den Fall drei beliebige Mengen, die auch Schnittmengen haben dürfen. Wir haben also mal drei Mengen A, B und C. Sagen wir mal, in A sind acht Elemente genau die weißen Kreuzel, die Sie da sehen. Dazu addieren wir wieder, der Einfachheit halber, auch wieder genau acht Kreuzel, die Kardinalzahl der Menge B. Im Allgemeinen kann natürlich B auch eine andere Elementzahl haben. Ich war hier einfach nur faul und habe jetzt in alle Mengen acht Elemente reingegeben. Jetzt kommen dann also auch noch die Kardinalzahl von C dazu. Das soll auch wieder acht sein. Jetzt haben wir aber wieder Elemente doppelt oder sogar noch öfter gezählt, nämlich etwa die vier in der Schnittmenge von A und B. Die Schnittmenge von A und B, die Elemente, die da drin sind, die vier, die ziehen wir also wieder ab. Und auch die vier in der Schnittmenge von B und C. Dass das wieder genau vier sind, ist ja auch nur der Einfachheit halber so gemacht. Das könnten auch wieder ganz andere Anzahlen und das könnte sogar eine Null sein. Jetzt ziehen wir auch noch die Anzahl der Elemente in der Schnittmenge von A und C ab. Ist hier jetzt auch wieder eine vier, einfach um es einfach zu haben. Sind wir aber noch nicht ganz fertig, weil wenn Sie mal scharf nachdenken, die zwei Elemente da ganz in der Mitte, in der Schnittmenge von A, B und C, die haben wir zunächst dreimal dazu addiert, bei A, bei B und bei C. Und dann wurden sie wieder abgezogen, bei A geschnitten B, bei B geschnitten C und bei A geschnitten C. Die gehören jetzt noch einmal wieder dazu gezählt, damit auch wieder alles passt, weil wenn wir sie dreimal dazu addieren und dreimal abziehen, haben wir sie ja gar nicht gezählt. Also kommen sie noch einmal wieder dazu. Und so schaut dann also die Summenregel für drei Mengen aus. Für vier oder mehr Mengen funktioniert das eigentlich ganz genau so. Es wird immer abwechselnd dazu addiert, Schnittmenge subtrahiert, nächste Schnittmengengruppe wieder dazu addiert, nächste wieder subtrahiert. Das nennt man deswegen auch das Prinzip von Ein- und Ausschluss. Aber nicht alles erschließt sich direkt durch Addieren bzw. Summen. Nehmen wir mal an, Sie haben in Ihrem Kasten drei Hemden und vier Hosen. Das sind zwar sieben Kleidungsstücke, aber das ist nicht die Antwort auf die Frage, auf wie viele verschiedene Arten Sie sich damit anziehen können. Wollen Sie farbliche Passungen mal ganz außen vor lassen und ein Outfit aus einem Hemd und einer Hose zusammenstellen, dann ist das kein Fall für die Summenregel. Die korrekte Anzahl könnten Sie aber zum Beispiel durch Einzeichnen von so Verbindungslinien von jedem Hemd zu jeder Hose bestimmen. Ich sag Ihnen jetzt mal, das sind zwölf. Ist aber nicht so super übersichtlich. Aus dem Stochastikunterricht kennen Sie aber vielleicht diese etwas übersichtlichere Darstellung, ein Baumdiagramm. Erste Entscheidung, ein Hemd auswählen, drei Optionen. Dann unabhängig von der ersten Option, die zweite Entscheidung, Hose auswählen, je vier Optionen. Also insgesamt zwölf Anziehmöglichkeiten. Oder Sie hatten schon ein bisschen lineare Algebra, dann zeichnen Sie vielleicht eine Matrix oder Tabelle. Drei Zeilen für die Hemden, vier Spalten für die Hosen ergibt wieder drei mal vier ist gleich zwölf Anziehmöglichkeiten. Jetzt muss es natürlich nicht bei zwei Entscheidungen bleiben. Unterwäsche, Socken und im Winter eine Jacke und eine Haube wären ja auch nicht übel. Bei jeder neuen Entscheidung wäre mit der jeweiligen Anzahl der Socken, Jacken oder Hauben nochmal wieder mal zu nehmen. Allgemein können wir einen Satz daraus machen, den wir allgemeine Produktregeln nennen. Es seien nacheinander k Einzelentscheidungen zu fällen. Diese Entscheidungen lassen n1 bzw. n2 und so weiter und so fort bis nk Möglichkeiten zu. Jede dieser Anzahlen muss dabei unabhängig vom Ausgang der vorangehenden Entscheidung sein. Also aus wie vielen Jacken Sie auswählen, soll eben nicht davon abhängen, welche Ihrer vier Hosen Sie jetzt genau angezogen haben. Dann ist die Anzahl aller Gesamtentscheidungsmöglichen genau das Produkt n1 mal n2 mal und so weiter und so weiter mal nk. Wieder als Beispiel nehmen wir an, Sie hätten noch zwei Jacken, dann hätten Sie für Hemd, Hose und Jacke auswählen drei mal vier mal zwei Gesamtentscheidungsmöglichkeiten. Jetzt schauen wir mal, ob wir das auf die Summenregel zurückgeführt, also bewiesen bekommen. Wir formulieren wieder in Mengensprache und bleiben erstmal bei zwei Entscheidungen. Menge a sei mal die Hemdenmenge a1, a2 und so weiter, also die einzelnen Hemden. a n wäre in diesem Beispielfall jetzt a3 gewesen, weil sie ja drei Hemden hatten. Kart a ist gleich n, ist also in diesem Beispiel gleich 3. b sei jetzt die Hosenmenge b1, b2 und so weiter, die Hosen, geht bis bm, ist bei ihnen also b4, beziehungsweise die Anzahl der Hosen ist Kart b, ist gleich m und im Beispiel eben 4. Die erste Entscheidung ist Wahl eines Elementes aus a, also ein Hemd auswählen und die zweite Entscheidung ist Wahl eines Elementes aus b, also eine Hose auswählen. Die Gesamtentscheidung ist dann ein geordnetes Paar, zum Beispiel a2, b3, beziehungsweise im Anziehbeispiel wieder das zweite Hemd mit der dritten Hose kombinieren. Das ist geordnet, weil das zweite Hemd mit der dritten Hose ist etwas anderes als die dritte Hose mit dem zweiten Hemd kombiniert. Die Behauptung lautet jetzt, die Anzahl der Gesamtentscheidungen ist genau die Anzahl aller möglichen geordneten Paare, also Anzahl der Hemden mal die Anzahl der Hosen, also n mal m. Die Menge der geordneten Paare von Elementen aus zwei Mengen a und b nennt man auch das Kreuzprodukt der Mengen a und b und unser Satz sagt dann aus, dass das Kreuzprodukt genauso viele Elemente hat, wie die Kardinalzahl von a mal die Kardinalzahl von b. Zurückführen auf Summenregeln machen wir über diese Tabelle. Die Zeilen sind hier die Elemente von a und die Spalten die Elemente von b und in den einzelnen Zellen stehen dann die geordneten Paare. Jetzt dürfen wir aber zeilenweise addieren, denn In der ersten Zeile stehen alle geordneten Paare, wo vorne a1 steht, also das sind die Möglichkeiten, wo sie Hemd 1 gewählt haben. Diese Menge hat sicherlich keine Schnittmenge mit allen Zeilen darunter, weil dort immer ein anderes Hemd a2, a3 und so weiter ausgewählt wird. In dieser und allen anderen Zeilen haben wir genau m Elemente, weil jedes Hemd mit genau einer Hose, also einem von m verschiedenen b's kombiniert werden kann. Also wird m plus m plus m gerechnet, wir addieren genau n Zeilen, also n solche m's zusammen, also kommt n mal m heraus und das ist ja gerade Kard A mal Kard B. Damit ist die Produktregel für zwei Mengen beziehungsweise zwei Entscheidungen bewiesen. Man kann sich dann leicht überlegen, dass das mit drei und mehr Mengen ganz analog läuft. Bei drei Mengen etwa die Zeilen mal die Spalten und dann noch Schichten für die dritte Entscheidung, die man auch noch wieder mal nehmen muss und dann vielleicht noch eine vierte Entscheidung und so weiter und so fort. Eine immer wiederkehrende Frage ist die Anzahl der Wörter, die man über einen festen Satz von Zeichen, auch genannt Alphabet, mit einer bestimmten Anzahl an Zeichen bilden kann. Also zum Beispiel dreistellige Wörter über dem normalen Alphabet von A bis Z ohne Umlaute und ohne Unterscheidung von Groß- und Kleinschreibung. Da hat man für jede Stelle 26 Möglichkeiten, also insgesamt 26 mal 26 mal 26 oder einfach direkt 26 hoch 3 Möglichkeiten. Wobei man wieder beachten muss, nur wenn man davon ausgeht, dass die auswählbaren Folgebuchstaben nicht von den zuvor gewählten abhängen. Also können zum Beispiel auch Buchstaben mehrfach vorkommen. Sinnvolle Wörter sind davon nur ein ganz kleiner Teil. Hier wäre ja zum Beispiel auch... Q, P, X oder sowas auch zugelassen und das wäre ja eigentlich gar kein richtiges Wort. Allgemein hätte man bei N möglichen Zeichen bzw. Buchstaben, aus denen man immer wieder auswählt, und K-stelligen Wörtern N hoch K-Möglichkeiten. Nimmt man als Alphabet etwa die Ziffern 0 bis 9, so lassen sich daraus 10 hoch 4 vierstellige Pinnummern, wo auch Ziffern doppelt oder mehrfach vorkommen können, bilden. Ein wichtiger Spezialfall ist das zweistellige Alphabet, wo Sie also K mal hintereinander immer nur 0,1 oder ja, nein oder entweder oder Entscheidung treffen. Dafür gibt es dann 2 hoch K-Gesamtentscheidungsmöglichkeiten. Eine direkte Anwendung davon ist die Frage nach der Anzahl der Teilmengen einer Menge. Eine K-Elementige Menge hat etwa genau 2 hoch K-Teilmengen, weil... Wenn unsere Menge M K-Element hat, so müssen wir für eine beliebige Teilmenge T für jedes Element von M entscheiden, ob es auch zu T gehört oder eben nicht zu T gehört. Dafür gibt es dann 2 hoch K-Entscheidungsmöglichkeiten. Die Extremfälle sind da auch mitgezählt. Wenn wir immer Ja sagen, kommt einfach wieder die Menge M raus. Wenn wir immer Nein sagen, kommt einfach die leere Menge raus. In allen anderen Fällen kommen echte Teilmengen von M heraus. Auch nochmal als Baumdiagramm. Unsere Menge M besteht hier mal aus An, Ben, Chris und Dora. Und für jedes Kind wird entschieden, ob es auch zu T, zum Beispiel in die AG Turnen, gehört. Jeder Ast des Baumes ergibt dann eine andere Teilmenge. Ganz links ist wieder die Menge M, weil sie einfach immer Ja gesagt haben. Und ganz rechts ist die leere Menge, weil sie immer Nein gesagt haben. Damit sind wir am Ende des ersten Teils angekommen. Beispiel 1.1, das Ziffernvariationsschloss, enthält an drei Positionen die Ziffern 0 bis 9. Wie viele verschiedene Ziffernkombinationen hat dieses Schloss? Das ist einfach wieder in Aufgabenteil A die Frage danach, wie viele Wörter gibt es über einem fixen Alphabet? Unser Alphabet hat diesmal nur die Ziffern 0 bis 9. Wir haben dreistellige Wörter, weil dreistellige Ziffern, also haben wir hier die Möglichkeiten 10 mal 10 mal 10, beziehungsweise anders gesagt 10 hoch 3 und ausgerechnet dann 1.000. Aufgabenteil B. Wie viele der Ziffernkombinationen enthalten die Ziffern 0 mindestens einmal? Da gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Es ist leichter, sich die Frage nicht direkt zu stellen. Wenn Sie die direkt stellen, könnten Sie sagen, okay, einmal an der ersten Stelle eine Null, dann die, wo genau an der zweiten Stelle, dann die, wo genau an der dritten Stelle, dann die, wo genau zwei Nullen und dann die, wo genau drei Nullen. Leichter geht das vielleicht, wenn Sie sich überlegen, keine Null, dann hat man ja nur noch neun Möglichkeiten jeweils, also 9 mal 9 mal 9, das ergibt 9 hoch 3 und das ist 729. und jetzt ziehen Sie die einfach von 1.000 ab. Mindestens eine Null ist dasselbe wie alle, minus keine Null und das ist 1.000 minus 729. 1 ist 3 ist 7, 1 ist 8, ist 271. Beispiel 1.2, Wege und Rundreisen. Das Bild oben zeigt vier Städte und ihre Verbindungsstraßen. Auf wie viele Arten kann man von A über B und C nach D fahren? Da müssen Sie einfach immer die Wege zählen. Von A nach B sind das zwei und welchen Sie gefahren sind, hat keinen Einfluss darauf, was Sie von B bis C machen. Von B bis C haben Sie vier Möglichkeiten, also 2 mal 4, ich schreibe hier noch ein A davor, 2 mal 4 und dann von C nach D haben Sie drei Möglichkeiten mal 3. 2 mal 4 ist 8, mal 3 ist 24. Aufgabenteil B. Wie viele Rundreisen A, B, C, D, C, B, A gibt es? Ja, da gibt es natürlich 2 mal 4 mal 3. Jetzt fahren Sie wieder zurück, 3 mal 4 mal 2, weil da steht, eine Straße darf auch zweimal befahren werden. Das können Sie noch etwas sortierter hinschreiben. Da steht da eigentlich 2 mal 2 mal 4 mal 4 mal 3 mal 3. Oder wenn Sie es noch anders aufschreiben wollen, steht da 2 Quadrat mal 4 Quadrat mal 3 Quadrat oder direkt 24 Quadrat und das ist 576. Jetzt kommt bei C die nächste Frage. Wie viele Rundreisen A, B, C, D, C, B, A gibt es, wenn Straßen nur einmal befahren werden dürfen? Na ja, hin können Sie wieder 2 mal 4 mal 3, aber jetzt zurück zum Beispiel von D nach C. Eine Straße fällt weg, Sie haben nur noch zwei Möglichkeiten, jetzt von D nach C wieder zurückzufahren. Von C nach B haben Sie eigentlich vier Möglichkeiten. Eine fällt weg, also nur noch drei. Und von B nach A fällt eine weg, da haben Sie sogar nur noch eine. Also haben Sie ja eigentlich nur stehen, vorne die 24 mal 6, also 24 mal 6. 24 mal 6 ergibt 144 und das ist die Antwort für Aufgabenteil C. Beispiel 1.3, das 100er-Feld. Wie viele Zahlen enthält das 100er-Feld, die durch 2 oder 5, aber nicht durch 10 teilbar sind? Jetzt schauen Sie mal scharf aufs 100er-Feld. Durch 2 teilbar sind mal alle, die in der zweiten Spalte stehen, die in der vierten stehen, der sechsten, der achten und eigentlich auch in der zehnten, aber die, die in der zehnten, die sind ja auch noch durch 5. Die brauchen wir nicht zählen. Und dann brauchen wir noch die, die in der 5er-Spalte stehen, weil die sind auch durch 5 teilbar. Also haben wir, da stehen immer 10 Zahlen drin, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 oder auch 5 mal 10. 5 mal 10 ist gleich 50. So, jetzt hätten Sie das auch mit einem Ausschlussprinzip machen können. Wenn Sie durch 2 oder 5 haben wollen, könnten Sie sagen, naja, das sind alle, die durch 2 teilbar sind. Da hätten wir hier sogar 1, 2, 3, 4, 5 Spalten gehabt, inklusive der 10er-Spalte. Also hätten wir gehabt 50, wo die durch 2 gehen. Und dann hätten wir 20 gehabt, die, wo durch 5 gehen. Und davon hätten Sie noch mal abgezogen, minus 10, die durch 2 und 5, also durch 10 teilbar sind. Jetzt sehen Sie aber, da kommt 60 raus. Warum? Naja, Sie haben die 10er-Spalte zweimal dazu addiert und jetzt erst einmal abgezogen. Das hier wären diese 60, das wären die Zahlen, die durch 2 oder 5 teilbar sind. Jetzt sollen sie aber nicht durch 10 teilbar sein, also müssen Sie von denen ja sogar noch mal 10 abziehen. Also das hier sind die, die durch 2 oder 5, aber nicht durch 10 teilbar sind. Und das hier sind nur die, die durch 2 oder 5 teilbar sind. Von denen müssen Sie also noch minus 10 abziehen, dann kommen Sie wieder auf die 50. Wir kommen zum zweiten Teil der Lektion, bei dem es um Grundaufgaben der Kombinatorik geht. Sie kennen ja aus der Schule vielleicht noch die Grundaufgaben der Prozentrechnung. Prozentwert bestimmen, Prozentsatz bestimmen, Grundwert bestimmen. Und auch für Anzahlbestimmungen kann man solche typischen, wiederkehrenden Problemstellungen formulieren. Gegeben sind dabei immer zwei Anzahlen n und k, wobei n die Elemente einer Menge und die k aus derselben oder einer anderen Menge kommen können. Gesucht wird dann entweder eine Auswahl von k-Objekten aus der Menge n oder eben eine Zuordnung von k-Objekten aus der anderen Menge k, für die jeweils bestimmte Bedingungen gelten. Es kommt nämlich auf zwei Unterscheidungen an. Erstens darf man Elemente aus n mehrfach auswählen beziehungsweise wiederholt den Objekten aus k zuordnen und zweitens spielt die Reihenfolge der k-Objekte eine Rolle oder hat sie bei der Zuordnung oder Auswahl keine Rolle. Denken Sie mal vorläufig ans normale Lotto. Den sechs Gewinnzahlen wird je eine von 45 möglichen Zahlen zugeordnet. Da wäre jetzt die Reihenfolge der Zuordnung eigentlich egal, aber es dürfte keine der 45 Zahlen mehrfach vorkommen. Wir beginnen mit einem etwas anderen Beispiel. Nehmen Sie einmal an, Sie haben drei gut unterscheidbare Sessel und die sollen jetzt eingefärbt werden. Meinetalben auch nur die Polster neu bezogen, wenn Ihnen das realistischer vorkommt. Ihnen stehen dabei zehn Farben, also meinetalben zehn farbige Bezugsstoffe, zur Verfügung. In unserem Beispiel wäre n die Menge der Farben, es gibt zehn Farben, und k wären die Sessel, davon gibt es drei Stück. Es steht dann nirgends, dass eine Farbe nur einmal verwendet werden darf, also sind Wiederholungen zugelassen. Außerdem kommt es auf die Reihenfolge an. Ob ich den ersten Sessel rot, den zweiten grün und den dritten blau färbe oder beziehe, soll eine andere Möglichkeit sein, als wenn ich den ersten grün, den zweiten blau und den dritten rot einfärbe oder beziehe. In der Aufgabenstellung steht ja auch verschiedene Sessel, also kann ich die schon vor dem Färben unterscheiden und interessiere mich jetzt wirklich dafür, welcher Sessel welche Farbe abbekommt. Also n gleich zehn, mehrfach verwendbare Farben, k gleich drei Sessel, deren Reihenfolge wichtig ist. Für den ersten Sessel habe ich zehn mögliche Entscheidungen, eine der zehn Farben auszuwählen. Für den zweiten Sessel habe ich wieder zehn mögliche Entscheidungen, eine der zehn Farben auszuwählen. Und für den dritten und letzten Sessel sind es wieder zehn mögliche Entscheidungen. Das ist also einfach wieder unser Fall aus Corolla 1.7 aus dem ersten Teil. Wir bilden k-stellige Wörter, das wären hier die Sesselfärbungen, über einem Alphabet mit zehn Symbolen. Das wären in diesem Fall die Farben. Wir multiplizieren also jeweils beziehungsweise schreiben direkt 10 hoch 3 hin. Im Allgemeinen gibt es für die Auswahl beziehungsweise Zuordnung von k-Objekten zu beziehungsweise aus n-Objekten unter Beachtung der Reihenfolge der k-Objekte bei zugelassenen Wiederholungen, also n hoch k-Möglichkeiten. Man nennt diesen Fall auch Permutation mit Wiederholung. Jetzt ein anderer Fall. In einem Klassenraum sind drei Schüler, und drei wiederum verschiedene Sessel stehen in einer Reihe. Wir fragen uns, in wie vielen verschiedenen Reihenfolgen sich die SchülerInnen auf die Sessel setzen können. Frei nach Monty Python gilt dabei, jeder bitte nur einen Sessel. Also sind diesmal Wiederholungen nicht zugelassen und die Sessel sind wieder verschieden. Es kommt also gerade darauf an, wer auf welchem Sessel sitzt. Die Reihenfolge wird also berücksichtigt. Außerdem haben wir drei SchülerInnen N und drei Sessel K. Das ist also eigentlich ein Spezialfall. Wir schauen dann nachher noch, was passiert, wenn ich weniger Sessel als SchülerInnen hätte. Für die drei SchülerInnen nehme ich wieder drei Farben, dann ist mal eine Möglichkeit Rot-Grün-Blau. Die zweite ist Rot-Blau-Grün. Die dritte ist Blau-Rot-Grün. Die vierte ist Blau-Grün-Rot. Die fünfte ist Grün-Rot-Blau. Und die sechste und letzte ist Grün-Blau-Rot. Warum ich sicher bin, dass das alle sind? Nun, ich habe zunächst immer eine der drei Farben für den ersten Sessel hergenommen. Rot, Blau und Grün. Und dann habe ich beim zweiten und dritten Sessel jeweils die anderen beiden Farben genommen und einfach nochmal die Plätze vertauscht. Da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Mehr geht aber offenbar nicht und doppelt ist da auch nichts gezählt. Aber ich habe jetzt letztlich doch wieder alle Fälle einfach einzeln abgezählt. Sozusagen Brute-Force. Das wollte ich ja eigentlich gerade vermeiden. Also schauen wir mal dieselbe Frage, aber für vier SchülerInnen und vier verschiedene Sessel. Es ist also hier N gleich 4 und es ist K gleich 4 und Wiederholungen bei den N sind nicht zugelassen. Keine SchülerInnen bekommen zwei Sessel. Und die Reihenfolge ist wichtig. Die Sessel sind verschieden. Für den ersten Sessel haben wir vier Möglichkeiten, jemand auszuwählen, der sich da drauf setzt. Beim zweiten Sessel bleiben nur mehr drei SchülerInnen über, aus denen gewählt werden kann. Das sind zwar je nach Auswahl beim ersten Sessel unterschiedliche SchülerInnen, aber es sind jedenfalls immer genau drei SchülerInnen. Beim dritten Sessel habe ich nur mehr zwei SchülerInnen zur Auswahl. Und beim letzten haben wir dann eigentlich gar keine Auswahl mehr. Es gibt nur noch eine Person ohne Sessel und die bekommt den letzten Sessel. Auch hier dürfen wir multiplizieren. Wenn der erste Sessel rot ist, so schränkt das zwar die Auswahl der Farben beim zweiten Sessel ein, aber welche der drei anderen Farben dann ausgewählt wird, ist wieder eine ganz freie Entscheidung, die nicht von der Farbe des ersten Sessels abhängt. Ganz wichtig, wir zählen auch nichts doppelt. Die Sitzreihenfolgen, wo wir den ersten Sessel mit Rot für, sagen wir mal, Robert eingefärbt haben, sind in jedem Fall andere Möglichkeiten, als die, wo wir den ersten Sessel blau für, sagen wir mal, Bertha eingefärbt haben. Im Allgemeinen gibt es für die Auswahl bzw. Zuordnung von K-Objekten zu bzw. aus N-Objekten unter Beachtung der Reihenfolge der K-Objekte, wobei Wiederholungen nicht zugelassen sind, also N mal N-1 mal und so weiter und so fort mal 1 Möglichkeiten, wenn N gleich K gilt. Da steht also einfach das Produkt der ersten N-natürlichen Zahlen nur eben falsch herum. Das nennt man auch N-Fakultät und schreibt das so kurz als N-Rufzeichen. Die Taste gibt es eigentlich auch auf jedem wissenschaftlichen Taschenrechner. Aber wie schaut das Ganze aus, wenn wir weniger Sessel als SchülerInnen haben? Also sagen wir mal, wie können sich zwei von drei SchülerInnen auf zwei verschiedene Sessel setzen? Da wäre alles wie vorher. Wiederholung nicht erlaubt, Reihenfolge ist wichtig, aber N wäre 3 und K wäre nur 2. In diesem Fall geht es noch leicht. Wir stellen erstmal Sessel für alle drei SchülerInnen hin. Da gab es ja bekanntlich sechs Möglichkeiten. Und jetzt nehmen wir dann überall einen Sessel weg. Dann haben wir aber noch genauso viele Möglichkeiten, also wieder sechs. Weil beim letzten Sessel hatten wir ja eh gar keine Wahl mehr gehabt. Und der, der normalerweise den letzten Sessel bekommen hätte, der bleibt jetzt einfach stehen. Oder die. Okay, müssen wir also noch einen etwas komplizierteren Fall anschauen, um da überhaupt ein allgemeines Prinzip zu erkennen. Sagen wir mal, wir hätten N gleich 10 SchülerInnen, aber nur K gleich 4 Sessel. Dann hätten wir wieder für den ersten 10 SchülerInnen, für den zweiten nur noch 9, den dritten 8 und den vierten 7. Alle anderen sechs SchülerInnen kriegen dann keinen Sessel. Da müssen wir also nichts mehr unterscheiden oder irgendwie nochmal 6 mal 5 oder so nehmen. Im Allgemeinen gibt es also für die Auswahl beziehungsweise Zuordnung von K-Objekten zu beziehungsweise aus N-Objekten unter Beachtung der Reihenfolge der K-Objekte, wobei Wiederholungen nicht zugelassen sind, N mal N-1 mal Punkt, Punkt, Punkt mal N-K plus 1 Möglichkeiten. Wieso ist der letzte Faktor da N-K plus 1? Weil wir genauso viele Faktoren wie Sessel benötigen, also K-Faktoren. Der erste Faktor ist aber N, also quasi N-0 und wenn Sie dann K weiterzählen, dann landen Sie nicht bei N-K, sondern nur bei N-K plus 1. Diesen allgemeinen Fall nennt man auch Permutationen ohne Wiederholung. Bevor wir zur nächsten Grundaufgabe kommen, noch ein paar Anmerkungen zu Permutationen ohne Wiederholung und zu Fakultäten. Zunächst ist es sinnvoll zu sagen, was Nullfakultät ist. Da es eine Möglichkeit gibt, aus nichts eben wieder nichts auszuwählen, ist es sinnvoll, das mit 1 festzulegen. Fakultäten sind, wie Sie wohl schon bemerkt haben, einfach nur ein Spezialfall für N ist gleich K bei den Permutationen ohne Wiederholung. Das haut auch mit der allgemeinen Formel genau hin, denn da steht ja dann N minus N plus 1 als letzter Faktor und das ist ja gerade 1. Man geht also in der Formel für Permutationen ohne Wiederholung genau bis zur 1 zurück, dann ergeben sich die Fakultäten. Manche Taschenrechner haben eine NPR-Taste. Da können Sie zuerst N eingeben, dann drücken Sie diese Taste und dann geben Sie das K ein und dann kommt das raus. Statt K wird international halt gerne R verwendet, deswegen steht da nicht NPK, sondern NPR. Wer so eine Taste nicht hat, möchte die Permutationen ohne Wiederholung eventuell nur mit Fakultäten ausdrücken und die Pünktchen da wegbekommen. Man erweitert dazu einfach mit N minus K Fakultät und erhält dann den Bruch N Fakultät durch N minus K Fakultät, den man als Kurzbeschreibung für diesen Fall nutzen kann. Für die Berechnung kann dieser Bruch hingegen Probleme machen, weil N Fakultät einfach sehr rasch, sehr groß wird. 100 Fakultät durch 98 Fakultät schafft kaum ein Taschenrechner. Und eigentlich müssen Sie da ja nur 100 mal 99 rechnen. Also ist das auch nicht wirklich einfacher oder kürzer, das einzige im allgemeinen Fall sparen Sie sich halt die Pünktchenschreibweise. Wir kommen zur nächsten Grundaufgabe. Diesmal haben wir 5 Sessel, die schon von vornherein verschiedenfärbig sind. Von denen möchten Sie im Schlussverkauf 3 Stück kaufen. Das ist jetzt der Fall, wo die Reihenfolge egal ist. Wir interessieren uns nur dafür, welche Sessel Sie kaufen möchten, aber die Reihenfolge, in die Sie die dann jetzt zum Beispiel bestellen, die soll egal sein. Ist ja dasselbe, ob Sie sagen, ich nehme den roten, den blauen und den grünen Sessel oder ob Sie sagen, ich nehme den grünen, den blauen und den roten Sessel. Hinterher haben Sie im Endeffekt dieselben Sessel gekauft. Mehrfachauswahl, also Wiederholung, ist hier nicht erlaubt. Sie können nicht den roten und den roten Sessel kaufen. Der Händler hat nur mehr je genau einen Sessel pro Farbe. Bei so kleinen Zahlen ist es noch möglich, sich da wieder systematisch alle Fälle aufzuschreiben. Er gibt hier genau 10 Stück, aber das wollten wir ja gerade nicht machen. Wir wollen versuchen, die Lösung auf einen schon bekannten Fall zurückzuführen, wo das dann immer funktioniert. Und da ist es naheliegend, eben das doch zu tun, was ich gerade als unnötig bezeichnet habe. Wir tun so, als wäre die Reihenfolge beim Bestellen doch wichtig, denn dann sind wir wieder im Fall Permutationen ohne Wiederholung. Es gibt 5 mal 4 mal 3 gleich 60 Möglichkeiten, nacheinander 3 von den 5 Sesseln zu bestellen. Jetzt kommt die spannende Frage. Dabei haben wir jetzt gleichwertige Bestellungen mehrfach gezählt. Zum Beispiel haben wir gezählt Rot-Grün-Blau als eine Möglichkeit und Blau-Rot-Grün als eine andere Möglichkeit. Die Frage ist nun, wie oft wurde jede dieser gleichwertigen Farbkombinationen mehrfach gezählt? Die Antwort darauf sind aber wieder die Fakultäten. Wir fragen danach, wie viele Möglichkeiten es gibt, drei Sesselfarben auf drei Bestellplätze anzuordnen. Und das ist drei Fakultät oder 3 mal 2 mal 1 oder 6. Insgesamt haben wir damit 5 mal 4 mal 3 durch 3 mal 2 mal 1. Das kann man sich so merken, dass man im Zähler und Nenner je drei Faktoren hat, weil k ist 3. Im Zähler wird von n ist gleich 5 heruntergezählt. Im Nenner wird bis k ist gleich 3 heraufgezählt. Man kann das auch mit Fakultäten schreiben. Dann ist das 5 Fakultät durch 2 Fakultät mal 3 Fakultät und diese Zahlen sind so wichtig, dass sie sogar ein eigenes Zeichen bekommen, dass man als 5 über 3 oder als n über k liest und welches man den Binomial-Koeffizient nennt. Im Allgemeinen gibt es für die Auswahl beziehungsweise Zuordnung von k-Objekten zu beziehungsweise aus n-Objekten ohne Beachtung der Reihenfolge der k-Objekte und ohne Wiederholung also n über k-Möglichkeiten. Man nennt diesen Fall auch Kombinationen ohne Wiederholung. Noch ein paar Anmerkungen zu den Binomial-Koeffizienten. n über 0 legen wir wieder als 1 fest, weil es eine Möglichkeit gibt, nichts ohne Beachtung der Reihenfolge zu ziehen. So wie die Binomial-Koeffizienten definiert sind, sieht man außerdem direkt, dass n über k genau dasselbe ist wie n über n-k. Sie müssen ja da nur im Nenner n-k-Fakultät und k-Fakultät die Reihenfolge vertauschen. Das ist auch inhaltlich erklärbar, ob Sie k-Objekte aus einer Menge mit n-Objekten auswählen oder ob Sie die n-k-Objekte auswählen, wo Sie sagen, die habe ich jetzt nicht ausgewählt. Das läuft faktisch auf dieselbe Anzahl an Möglichkeiten hinaus. Am Taschenrechner gibt es Binomial-Koeffizienten manchmal als n-c-R-Taste. Die funktioniert genauso wie die n-p-R-Taste. Binomial-Koeffizienten heißen die Dinger dann, weil sie als Koeffizienten, das heißt als Vorfaktoren von a hoch n minus k mal b hoch k beim Ausmultiplizieren der binomischen Formel vorkommen. Das schauen wir uns gleich noch kurz an der virtuellen Kaffel an. Schließlich sei noch erwähnt, dass man die Zahlen rekursiv mithilfe des sogenannten paskalischen Dreiecks berechnen kann. Das heißt so, zu Ehren von Blaise Pascal, also ungefähr 17. Jahrhundert, aber dieses Dreieck und der Bezug zu diesen Kombinationen ohne Wiederholung, den hat man schon deutlich früher im frühen Mittelalter in China und in Indien etwa gekannt. Schauen wir uns das mal kurz an der virtuellen Tafel an, dieses paskalische Dreieck und die Binomialkoeffizienten. Wir möchten jetzt verstehen, warum sich der Term n über k mal a hoch n minus k mal b hoch k ergibt, wenn man einen Ausdruck der Form a plus b hoch n ausmultipliziert. a plus b hoch n ist ja nichts anderes als a plus b mal a plus b mal Punkt, Punkt, Punkt mal a plus b und hier haben sie insgesamt n Klammern. Wenn sie jetzt a hoch n erhalten sollen, wie funktioniert das eigentlich, Klammern ausmultiplizieren? Ja, doch wohl so, dass man dieses a nimmt und das jetzt mit dem a und mit dem b mal nimmt und dann geht das so weiter, man muss aus jeder Klammer immer eins auswählen, also einmal kommt a mal a mal a mal a, wo ich die ganzen a ausgewählt habe, dann gibt es eins, da wähle ich nur ein a aus und sonst wähle ich aus jeder Klammer das b aus oder ich wähle überall nur bs aus. Jetzt schauen wir mal, wie dieser Term hier oben strukturiert ist. Wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte gerne aus keiner Klammer das b ausgewählt, was passiert dann? Also n über 0, es gibt genau eine Möglichkeit, so dass sie aus keiner Klammer ein b auswählen. Wenn sie aus keiner Klammer ein b auswählen, wählen sie überall ein a aus, da kommt also a hoch n raus mal b hoch 0. Wenn sie jetzt hingehen und sagen, ich möchte aus jener Klammer das b ausgewählt haben, dann haben sie auch wieder eine Möglichkeit, aber sie haben jetzt hier stehen, a hoch n minus n ist 0 und mal b hoch k ist b hoch n. So, und jetzt vielleicht auch mal irgendwas mittendrin, also wenn sie jetzt sagen, sie wählen ein n aus und wählen aus zwei Klammern, zum Beispiel wählen sie jetzt das b aus von diesen n Klammern und dann hätten sie da stehen n über 2, das ist n mal n minus 1 geteilt durch 2 mal 1 mal und jetzt bei a hätten sie stehen a hoch n minus 2 und bei b hätten sie stehen b hoch 2. So, ist das jetzt richtig? Wir probieren das mal für einen kleinen Fall aus. Der kleine Fall ist a plus b hoch 3. a plus b hoch 3 ist gleich a plus b mal a plus b mal a plus b und da haben sie vielleicht in der Schule schon gelernt, das ist 1 mal a hoch 3 plus 3 mal a Quadrat mal b plus 3 mal b Quadrat mal a plus 1 mal b hoch 3. Das sieht ja schon ganz gut aus, jetzt schauen wir mal, n ist in diesem Fall 3, setzen wir das mal oben ein, hier mache ich noch so Doppelpunkte, damit klar ist, das ist nicht genau dasselbe, sondern das ist natürlich immer nur der Vorfaktor. So, jetzt also, schauen wir mal, n über 2 eingesetzt, hätten wir hier also 3 über 2 mal und jetzt a hoch n minus 2 ist a hoch 1 mal b hoch 2. Das wäre also dieser Term hier, ich habe es jetzt hier blöd hingeschrieben, das b und das a andersrum, das ist aber genau dieser Term, da sollte jetzt 3 rauskommen. Schauen wir mal, 3 mal 2 durch 2 mal 1 mal a hoch 1 b Quadrat. Ja, das sieht ja gut aus, weil da kommt jetzt wirklich raus, 3 mal b Quadrat mal a. So, jetzt haben wir das verifiziert. Das stimmt tatsächlich immer, deswegen heißen die Dinger Binomialkoeffizienten. So, jetzt noch zum Pascal'schen Dreieck. Beim Pascal'schen Dreieck, da haben wir ja hier die, erstmal die erste Zeile, da schreiben wir eine 1 hin. Jetzt können wir uns direkt merken, dieser 1 steht für den Binomialkoeffizienten 0 über 0. Jetzt geht es in die zweite Zeile, da schreiben wir nochmal eine 1 hin und nochmal eine 1 hin. Diese erste 1 hier, die steht für 1 über 0 und die zweite steht für 1 über 1. Und jetzt gehen wir in die nächste Zeile und da steht 1 und in der Mitte steht die Summe 2 und außen steht wieder die 1. Hier außen steht die 2 über 0, in der Mitte steht die 2 über 1 und außen steht die 2 über 2. So, jetzt sehen Sie schon, jetzt geht es in die dritte Zeile, die male ich mal noch hin. Da haben wir die 1 außen, ist wieder die 3 über die 0. Keine Auswählen aus 3 gibt es 1 und 3 auswählen aus 3 gibt es auch wieder eine Möglichkeit. So, jetzt kommt hier wieder die Summe hin. Die Summe ist hier wieder 1 plus 2 ist also 3. Das ist gleich 3 über 1 und hier kommt nochmal die 3 hin als Summe von den beiden Zahlen und das ist 3 über die 2. Und so geht das tatsächlich immer weiter. Jetzt schreiben wir das noch als Rekursionsformel. Sagen wir mal, das hier ist die Zeile n und das hier ist die Spalte k. Jetzt gucken wir, wie kommt dann n über k zustande? Und zwar so, jetzt geht es eine Zeile höher und einen weiter zur Seite. Also haben wir da n minus 1 über k minus 1 und dazu addiert wird 2 über 1 und das ist plus, ja, selbe Spalte, also hier k, das ist da auch der erste und aber eine Zeile darüber, also n minus 1. Und das hier ist dann die berühmte Rekursionsformel für die Berechnung der Binomialkoeffizienten. Warum die stimmt, kann man jetzt dadurch zeigen, dass man hingeht und löst das hier in diese Fakultätsschreibweise auf. Das machen wir aber nicht in dem Video, das dauert so lange, das können wir gerne in der Präsenzveranstaltung machen. Wir kommen zum letzten, etwas schwierigeren Fall. Wir nehmen jetzt mal an, ein Hersteller produziert Sessel in 5 Farben. Es gibt je Farbe, also beliebig viele Sessel zu kaufen und sie möchten 10 Stück bestellen. Hier haben wir jetzt wieder n ist gleich 5, aber diesmal darf man mehrere, zum Beispiel auch 5 oder 6 rote Sessel kaufen. Wiederholungen sind also zulässig, die Reihenfolge der Bestellung ihrer K gleich 10 Sessel ist aber wieder egal. Im Unterschied zu den Permutationen mit Wiederholung spielt also die Reihenfolge gerade keine Rolle und im Unterschied zu den Kombinationen ohne Wiederholung ist eine wiederholte Auswahl derselben Farbe möglich. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, ich nehme halt diese 10 hoch 5 Möglichkeiten, die ich bei den Permutationen mit Wiederholung hätte und dividiere das anschließend einfach durch die Zahl der Mehrfachzählung. Das scheitert aber hier daran, dass in diesem Fall nicht jede der Kombinationen bei den Permutationen mit Wiederholung gleich häufig mehrfach gezählt wird, wenn wir sie als Kombinationen mit Wiederholung interpretieren wollen. Das wäre jetzt ein bisschen schwierig, schauen wir uns ein Beispiel mal an. Nehmen wir mal an, wenn Sie 10 rote Sessel bestellen möchten, dann gibt es dafür nur eine Möglichkeit. Sie sagen 10 mal hintereinander rot, 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 rot und so weiter oder Sie sagen direkt, ich hätte gern 10 rote Sessel. Hier würde also bei den Permutationen mit Wiederholung, das ist unten, genauso oft gezählt wie bei den uns eigentlich interessierenden Kombinationen mit Wiederholung, das ist oben. Bei 9 roten und einem blauen Sessel ergeben sich hingegen 10 mögliche Reihenfolgen, wenn man die Sessel immer einzeln nacheinander bestellen würde. Dieser Fall würde also bei den Permutationen 10 mal öfter gezählt, als bei den Kombinationen, die uns eigentlich interessieren. Und bei 2 blauen und 8 roten Sesseln gibt es dann schon 10 mal 9 durch 2 mal 1 ist gleich 45 Möglichkeiten, die einzeln nacheinander zu bestellen. Der Fall würde jetzt also sogar 45 mal gezählt werden. Wir können also nicht einfach die Permutationen mit Wiederholung durch irgendeine feste Zahl dividieren, weil dort eben gar nicht jede Möglichkeit gleich viele Bestellreihenfolgen hat. Wir brauchen eine andere Idee. Diese Idee kann man Stars and Stripes nennen und die geht etwa so. Hier sind mal 2 Möglichkeiten aufgemalt, so 10 Sessel in den 5 Farben zu bestellen. Wobei ja durchaus auch mal eine Farbe fehlen darf, wie etwa Rot in dem unteren Beispiel kommt das gar nicht vor. Jetzt denken wir uns, die wären auf so einem Bestellzettel angegeben gewesen, dadurch, dass wir immer in jedes Kasterl so viele Sessel malen, wie wir bestellt haben wollen. Da sagen sie jetzt vielleicht, mach doch einfach ein Kreuzerl, statt da immer deppert die Sessel hinzumalen. Die Amerikaner machen aber kein Kreuzerl, sondern die machen Stars. Und die Stripes sind jetzt einfach die Trennlinien zwischen den Sesselfarben. Ich muss da ja gar nicht so ein rotes, grünes, blaues und so Kasterl hinmalen. Ich muss mir nur merken, dass vor dem ersten Stricherl die roten Sessel sind, zwischen dem ersten und dem zweiten die grünen Sessel und dann so weiter und so weiter. Insgesamt hat man jetzt hier in dieser Zeile nur noch 14 Zeichen stehen, 10 Stars für die Sessel und 5 minus 1 gleich 4 Stripes, die die Unterteilungen zwischen diesen Farben markieren. Und jetzt können wir auf einmal wieder einfach zählen. Wir müssen nämlich nur zählen, wie viele Möglichkeiten es gibt, die 4 Unterteilungen, Stripes oder eben die 10 Sternchen, auf diese 14 Positionen anzuordnen. Das wissen wir aber bereits, denn jetzt geht es darum, wie wir bei 14 Positionen 4 ohne Wiederholung, ohne Beachtung der Reihenfolge auswählen. Also Kombination ohne Wiederholung. Also 14 über 4 oder halt 14 über 10 wäre ja dasselbe. Zurück übersetzt in den ursprünglichen Kontext bedeutet das, dass wir für 10 Sessel aus 5 verschiedenen Farben mit Wiederholung und ohne Beachtung der Reihenfolge 5 minus 1 plus 10 über 5 minus 1 Möglichkeiten haben. Im Allgemeinen gibt es für die Auswahl beziehungsweise Zuordnung von K-Objekten zu beziehungsweise aus N-Objekten ohne Beachtung der Reihenfolge der K-Objekte, aber Wiederholungen erlaubt, also N plus K minus 1 über N minus 1 beziehungsweise über K-Möglichkeiten. Zusammengefasst kann man das in so eine Tabelle geben, wo jeweils die zwei Entscheidungen die Zeilen beziehungsweise Spalten bilden. Spielt die Reihenfolge eine Rolle? Ja, nein. Sind Wiederholungen zugelassen? Ja, nein. Und zur Erinnerung, die Fakultäten tauchen da jetzt nicht eigens auf. Die sind ein Spezialfall für Reihenfolge wichtig, Wiederholung verboten, nämlich dann, wenn N gleich K ist. Damit sind wir dann auch bereits wieder am Ende des Vorlesungsteils des zweiten Teils dieser Lektion angekommen. Aufgabe 2.1 Geheimzahl Es ist hier wichtig, nicht nach der Anzahl der vierstelligen PIN-Nummern gefragt, sondern danach, wie viele Möglichkeiten es gibt, zwei Neuner innerhalb dieser PIN-Nummer zu verteilen. Was ist das für ein Fall? Das ist der Fall, wo Sie aus vier Positionen, die Sie haben, also 4 ist Ihr N, aus vier Positionen müssen Sie zwei auswählen. Sie müssen zum Beispiel sagen, an die erste und die dritte Stelle kommt ein Neuner. Das ist aber dasselbe, wie wenn Sie sagen, an die dritte und die erste Stelle kommt ein Neuner. Das ist also ein Fall für N über K. Und jetzt ist noch hier wichtig, in unserem Beispiel sind das vier Positionen und an zwei davon geben Sie einen Neuner. Beispiel 2.2 Ostereier. 20 Ostereier werden mit höchstens vier Farben einfarbig angemalt. Wie viele verschiedene Färbungen sind möglich? So, jetzt können wir uns das so wieder vorstellen. Ich sage mal Stars and Stripes. Sie haben vier Farben. Die können Sie sich ja so als Färbefächer vorstellen. Und jetzt geben Sie da die Ostereier rein. 20. Und nachher entsteht wieder so was. Die Stars sind unsere Ostereier und irgendwo sind die Trennlinien. Die Ostereier, die vor der ersten Trennlinie sind, die werden meinetwegen hier violett gemalt, die zwischen der ersten und zweiten blau, die zwischen der zweiten und dritten grün. Das ist also der Fall N plus K minus 1 über K. Jetzt muss man noch überlegen, was ist N und K? N sind hier die vier Farben. Und zu den vier Farben addieren Sie die 20 Eier. Sie wählen ja wiederholt aus den vier Farben aus und dürfen sozusagen das aber auch mehrfach verwenden. Also die Wiederholung ist zugelassen. Die Reihenfolge ist aber egal. Es ist egal, ob Sie das 17. Osterei blau färben oder ob Sie das dritte Osterei blau färben. Es ist nur wichtig, wie viele Ostereier Sie blau färben. Also 4 plus 20 minus 1 über und jetzt wieder die Ostereier sind das K, also über 20. Die richtige Lösung ist 4 plus 20 minus 1 über 20. Was auch gehen würde, wäre 4 plus 20 minus 1 über 4 minus 1. Die Möglichkeit haben Sie aber gar nicht, weil ich Ihnen das N minus 1 da unten nicht erlaubt habe. Beispiel 2.3 Stundenplan. Eine Schulklasse hat montags sechs Stunden Unterricht. Wie viele Möglichkeiten gibt es, je eine Stunde für die zwei Fächer Mathematik und Deutsch auf den Stundenplan zu setzen? So, bei so einem Stundenplan ist das natürlich nicht egal, ob Sie in der ersten Stunde Deutsch oder in der dritten Stunde Mathematik haben. So, jetzt müssen Sie also sagen, bei diesen sechs Stunden muss ich zwei auswählen für die Fächer Mathematik und Deutsch und aber welche ich da auswähle, da ist die Reihenfolge wichtig und dann sind wir in dem Fall N-Fakultät durch N-K-Fakultät. Sie können sich das ja so überlegen, für das erste Fach, ja, dass ich da auswähle, sagen wir mal, das ist natürlich, das erste Fach ist immer die Mathematik, da haben wir noch sechs Möglichkeiten und für das zweite Fach haben wir nur noch fünf Möglichkeiten und jetzt können wir das wieder erweitern und das natürlich auch umständlich hinschreiben als sechs mal, fünf mal, vier mal, drei mal, zwei mal, eins geteilt durch vier mal, drei mal, zwei mal, und das wäre dasselbe wie sechs Fakultät geteilt durch sechs minus zwei Fakultät, also ist das tatsächlich die Formel N-Fakultät durch N-K-Fakultät. Beispiel 2.4 Fußballtoto Beim Fußballtoto tippt man für drei Sympathien auf die drei Ausgänge Sieg, Niederlage oder Entschieden. Wie viele verschiedene Tippscheine gibt es? Sieg, Niederlage, Unentschieden, da nimmt man normalerweise drei Zahlen, 1,0, minus 1 oder 1,0, 2 oder sowas dafür. Da haben Sie also ein fixes Alphabet, Sieg, Niederlage, Unentschieden, 13 Partien, also 13-stellige Wörter, also haben Sie hier drei, Anzahl der Buchstaben ist das N, hoch 13. So, da ist natürlich auch so, dass natürlich nur, weil das erste Spiel da unentschieden ausgegangen ist, kann natürlich das zweite Spiel auch noch unentschieden ausgehen und wenn die sich da nicht gerade absprechen, hängt das auch nicht voneinander ab, also hat man tatsächlich 3 hoch 13 Möglichkeiten. Wir kommen zum dritten und letzten Teil der Lektion, bei dem es um zwei Modelle für die vier Grundaufgaben geht, das Urnenmodell und das Fächerteilchenmodell. Das ist eigentlich eher eine Ergänzung zu den Grundaufgaben, deswegen ist dieser Teil auch deutlich kürzer als die beiden anderen Teile. Die beiden Modelle sind typische Einkleidungen dafür, wie man sich den Vorgang der Auswahl von K-Elementen aus N-Elementen auf einer Handlungsebene vorstellen kann. Beim Urnenmodell liegen in einem Gefäß oder einer Urne fünf gleichartige, aber eben von 1 bis N durchnummerierte Kugeln. Aus diesen Kugeln werden jetzt K-Stücke herausgezogen, wobei man da gewisse Zusatzannahmen über diesen Ziehungsvorgang machen muss, das kommt aber gleich noch. Beim Fächerteilchenmodell hat man K-Teilchen oder für die Informatiker K-Daten, die auf N von 1 bis N durchnummerierte Fächer oder eben Speicherplätze oder Speicheradressen verteilt werden sollen. Auch dort wieder mit bestimmten Zusatzannahmen über diesen Verteilvorgang. Manchmal hilft es, wenn man irgendein kombinatorisches Problem hat, sich zu fragen, ob und wie es zu einem dieser beiden Modelle passt, um dann leichter die Lösung zu finden. Beide Modelle sind kombinatorisch gleichwertig. Das, was in einem Modell die Kugeln darstellt, sind in einem anderen Modell dann zum Beispiel die Fächer. Wir fangen mal mit dem Urnenmodell an. Das ist das bekanntere und etwas einfachere. Die übliche Lotteriezähung ist da ein ganz gutes und naheliegendes Beispiel. Da werden sechs Zahlen von 1 bis 45 in Österreich als Gewinnzahlen bestimmt. Man kann sich das so vorstellen und in der Praxis läuft das eigentlich auch so, dass man eine Urne, also ein Gefäß hat, in dem 45 Kugeln liegen. Die sind von 1 bis 45 nummeriert und da werden jetzt sechs Stück herausgezogen, ohne dass man sie nach der jeweiligen Ziehung wieder zurück in die Urne gibt, also ohne zurücklegen und außerdem ist die Ziehungsreihenfolge letztlich egal. Es ist nur wichtig, welche Gewinnzahlen gezogen wurden, nicht in welcher Reihenfolge die gezogen wurden. Das wäre wieder ein Fall für die Binomialkoeffizienten, also es gibt 45 über 6 mögliche Ziehungen. Ein anderes Beispiel wäre der Joker, der auch am Lottoschein ist. Das ist so ein sechsstelliger Code, wo als Ziffern 0 bis 9 vorkommen dürfen, durchaus auch mehrfach dieselbe Ziffer und es darf auch die erste Ziffer eine 0 sein. Wenn Sie das mit einer Urne machen wollten, würden Sie in die Urne 10 Kugeln geben, durchnummeriert von 0 bis 9 und nach jeder Ziehung würden Sie die Kugel wieder zurück in das Gefäß geben. Außerdem wäre jetzt die Reihenfolge wichtig, weil ja zum Beispiel die Gewinnzahl 1, 2, 3, 4, 5, 6 eine andere Gewinnzahl ist, als die Zahl 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da sind jetzt also wieder Permutationen mit Wiederholung gegeben. Es gibt 10 hoch 6 mögliche Ziehungen. Alle vier Grundaufgaben lassen sich in diesem Modell formulieren. Die Frage nach der Reihenfolge bleibt wieder die Frage nach der Reihenfolge, genauso wie in der Mengensprache im letzten Abschnitt formuliert. Die Frage nach der Mehrfachauswahl wird im Urnenmodell zur Frage, ob man nach einer Ziehung die Kugeln wieder zurück in das Gefäß gibt. Etwas weniger gängig ist das Fächer-Teilchen-Modell. Wir fragen uns zum Beispiel mal, wie viele Möglichkeiten es gibt, 185 Sitze an fünf Parteien zu vergeben, wobei jetzt einzelne Parteien auch mal leer ausgehen können, also gar keine Sitze erhalten. Hier hätten wir jetzt 185 gleichwertige beziehungsweise nicht unterscheidbare Sitze, das wären unsere Teilchen, die wir auf der Einfachheit und der politischen Neutralität halber von A bis E durch buchstabierte Parteien, das wären in diesem Fall die Fächer, verteilen. Dabei dürfen natürlich Fächer mehrfach belegt werden, eine Partei kann mehrere Sitze erhalten, sonst würden wir ja mit den 185 Teilchen und den fünf Fächern ja auch gar nicht klarkommen. Das ist jetzt wieder der etwas störrische Fall mit dem n plus k minus 1 über k Möglichkeiten, also hier 5 plus 185 minus 1 über 185. Ist im Fächer-Teilchen-Modell sogar eigentlich anschaulicher, es gibt halt vier Unterteilungen zwischen den Fächern beziehungsweise den Parteien, das sind die Stripes und dann die 185 Teilchen beziehungsweise Sitze, das sind die Stars. Nehmen wir hingegen an, Sie schauen, wer bei einem 100-Meter-Lauf von 8 Laufenden die Gold-, Silber- und Bronze-Medaille bekommen kann. Das könnte man als Simulation mit einem Fächer-Teilchen-Modell durchspielen, wo die Fächer mit 1 bis 8 für die teilnehmenden Läufer durchnummeriert sind und Sie dann eine goldene, eine silberne und eine bronzene Kugel hineinwerfen. Hier werden also die Teilchen, also die Medaillen unterscheidbar und Mehrfachbelegungen von Fächern werden aber nicht erlaubt, weil ja im selben Lauf niemand zum Beispiel gleichzeitig Gold und Silber gewinnen kann. Also hier hätten wir jetzt dieses 8 mal 7 mal 6 oder 8 Fakultät durch 8 minus 3 Fakultät für die möglichen Medaillenvergaben. Auch in diesem Modell sind alle vier Grundaufgaben formulierbar. Aber wir fragen eben jetzt nicht nach der Reihenfolge der Auswahl, sondern danach, ob die Teilchen oder die Daten, die wir in die Fächer hineingeben, voneinander unterscheidbar sind oder eben nicht. Und wir fragen nicht nach dem Zurückliegen von Kugeln im Uhrenmodell, sondern nach der Mehrfachbelegung von Fächern beziehungsweise von Speicherplätzen. Wenn man überprüfen will, ob man die Modelle gut verstanden hat, geht das insbesondere mit Übersetzungen zwischen den Modellen. Wie könnte man etwa die Lottoziehung im Fächer-Teilchen-Modell umsetzen? Nun, man würde 45 Fächer benötigen, in die man dann sechs Teilchen hereingibt, die nicht unterscheidbar sein müssen, weil jedes Teilchen gleichermaßen für eine Gewinnzahl steht. Was nicht erlaubt ist, ist, dass in eines der 45 Fächer mehr als ein Teilchen kommt, weil dann wäre ja eine Zahl bei den Gewinnzahlen doppelt. Umgekehrt kann man die Frage der Verteilung von drei unterscheidbaren Teilchen auf acht nummerierte Fächer ohne Mehrfachbelegung im Urnenmodell dadurch realisieren, dass man aus einer Urne mit acht nummerierten Kugeln drei unter Beachtung der Reihenfolge aber ohne Zurücklegen herauszieht. Damit ist auch schon alles zu den beiden Modellen gesagt, also auch der dritte Teil am Ende angelangt. Aufgabe 3.1 Dreifacher Würfelwurf Ein Spielwürfel wird dreimal hintereinander geworfen, die Wurfergebnisse werden als erste, zweite, dritte Ziffer einer Zahl notiert. Wählen Sie die passende Formulierung im Urnenmodell aus. Das wäre aus einer Urne mit sechs nummerierten Kugeln werden. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die erste, zweite, dritte Ziffer einer Zahl, also ist die Reihenfolge jedenfalls wichtig, das kann nur unter Beachtung der Reihenfolge sein. Zweite Frage ist, ist das mit oder ohne zurücklegen, wenn man das mit der Urne macht. Wenn Sie einen Würfel mehrfach hintereinander werfen und beim ersten Mal kommt ein Sechser, dann kann beim zweiten Mal schon auch noch wieder ein Sechser kommen, also ist das mit zurücklegen. Also unter Beachtung der Reihenfolge mit zurücklegen wäre das korrekte Urnenmodell. Aufgabe 3.2 Von K-Personen werden in einer anonymen Befragung die Geburtsmonate festgestellt, wählen Sie das passende Fächer Teilchenmodell aus. So, da würde ich mal sagen, das stellt man sich doch hoffentlich wohl so vor, dass man als Fächer da die Geburtsmonate hat, also Sie haben hier so quasi so ein Ding, und da gibt es jetzt zwölf Unterteilungen. Ich bin jetzt zu faul, zwölf zu zählen, denken Sie mal, das wären zwölf Unterteilungen und jetzt geben Sie da rein die anonymen Befragten. Also es müssen schon mal K-Teilchen sein und zwölf Fächer und die zwölf Fächer sind nummeriert für die Monate. Jetzt ist die Frage, sind die K-Teilchen unterscheidbare Teilchen oder sind das nicht unterscheidbare Teilchen? Können Sie die K-Personen voneinander unterscheiden? Ja, wenn Sie das machen, dann haben Sie was falsch gemacht, weil hier steht ja, von K-Personen werden in einer anonymen Befragung die Geburtsmonate festgestellt. Also wissen Sie nachher nur, von denen haben zum Beispiel sechs im Mai, aber Sie wissen nicht, welche das sind. Also brauchen Sie nicht unterscheidbare Teilchen. Die richtige Antwort ist also, es sollen K- nicht unterscheidbare Teilchen auf zwölf nummerierte Fächer mit Mehrfachbelegung verteilt werden. Warum ist das mit der Mehrfachbelegung wichtig? Na ja, da können ja auch alle zwölf im Jänner Geburtstag haben oder drei im Jänner. Und wenn Sie mehr als zwölf Leute befragen, dann haben Sie sowieso auf jeden Fall in einem dieser Fächer natürlich dann mehrere Personen oder Daten drin liegen. Gut, also richtig, es sollen K- nicht unterscheidbare Teilchen auf zwölf nummerierte Fächer mit Mehrfachbelegung verteilt werden. Beispiel 3.3 Ziffernkarten gefragt ist, wie viele dreistellige Zahlen lassen sich aus den neuen Ziffernkarten 1 bis 9 legen, wenn keine Ziffer mehrfach auftreten darf und die Zahlenwerte der Ziffern anschließend von links nach rechts der Größe nach sortiert werden. Jetzt sollen wir sagen, was ist das im Urnenmodell, was ist das im Fächer-Teilchen-Modell. Im Urnenmodell, Sie dürfen jede der Ziffernkarten nur einmal verwenden, das ist also etwas, was ohne Zurücklegen stattfindet und jetzt müssen wir noch darauf achten, ist die Reihenfolge wichtig. Hier steht, dass anschließend, nachdem Sie die Karten gezogen haben, also zum Beispiel 1, 6, 3, die der Größe nach sortiert werden, dann wird aber, wenn Sie gezogen haben, 1, 6, 3, das wird nachträglich sortiert, da kommt dann raus 1, 3, 6. Wenn Sie hingegen gezogen haben, 6, 1, 3, dann wird das sortiert und es kommt 1, 3, 6 wieder raus. Das heißt, in Wirklichkeit spielt die Reihenfolge der Ziehung hier gerade keine Rolle. Das ist egal, weil Sie es nachträglich sortieren. Also ist richtig, aus einer Urne mit neun Kugeln werden dreimal hintereinander ohne Berücksichtigung der Reihenfolge und ohne Zurückliegen eine Kugel gezogen. So, jetzt kommt das Fächer-Teilchen-Modell. Da steht schon, es werden drei Teilchen-Daten. Diese drei Teilchen-Daten, die sind für die erste, zweite und dritte Ziffer und die werden auf neun Fächer beziehungsweise Speicherplätze verteilt und Sie müssen sich überlegen, sind Mehrfachbelegungen möglich? So, wenn Sie da neun Fächer haben, die für die Zahlen stehen und Sie sagen, jede Ziffer darf nur einmal vorkommen, dann sind Mehrfachbelegungen nicht möglich. Jetzt werden drei Teilchen oder Daten verteilt. In diesem Fall sind die Teilchen unterscheidbar, weil eines der Teilchen soll für die erste Ziffer stehen, eines soll für die zweite Ziffer stehen und eines na, falsch. So, es werden drei Teilchen-Daten auf neun Fächer verteilt und Sie müssen überlegen, sind Mehrfachbelegungen möglich? Mehrfachbelegungen sind nicht möglich, weil es soll ja jede Ziffer nur einmal vorkommen. Jetzt wird es etwas schwieriger, was ist mit der ersten, zweiten und dritten Ziffer? Ist aber wieder dasselbe. Also, Sie könnten jetzt sagen, das sind unterscheidbare Teilchen, dann sagen Sie, das erste Teilchen gibt ein Sechser, das zweite Teilchen ergibt ein Einser, das dritte Teilchen ergibt ein Dreier oder eine andere Möglichkeit, das erste Teilchen landet im Einser, das zweite Teilchen landet im Sechser, das dritte Teilchen landet im Dreier. Aber Sie würden ja wieder nachher sortieren. Also ist das Quatsch, es werden nicht unterscheidbare Teilchen auf die drei Fächer verteilt, weil Sie ja anschließend sortieren, also wenn jetzt in Eins, Sechs und Neun ein Teilchen drin liegt, ist das dasselbe, egal ob das erste Teilchen, was Sie reingelegt haben, auf dem Einser oder das erste Teilchen auf dem Sechser gelandet ist. Also ist richtig, es werden drei nicht unterscheidbare, Sie könnten auch sagen gleichwertige oder gleichartige Teilchen auf neun Fächer beziehungsweise Speicherplätze ohne Mehrfachbelegung verteilt. . . .